Herzlich Willkommen zurück zu Final Fantasy XIII. Ja, wir sind immer noch dabei uns hier unseren Weg durchzuschlagen. Und es tauchen natürlich immer wieder neue Gegner mitunter auf. Naja, was solls. Wir müssen da in den Fahrstuhl rein und die stehen uns hier im Weg. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hm, die sind schnell verstärker. Ah, die kennen wir auch nicht. Ihr könnt sie ja scannen. So, jetzt ist die Drohne dran. Die bis jetzt natürlich wieder nur unseren Heiler angreift. Wie das aussieht. Ja. Wird dir aber auch nichts bringen, Freundchen. Später kriegen wir natürlich dann auch noch einen, äh, wie soll ich sagen. Einen vierten. Hier kommt man nicht weiter. Also müssen wir wohl hier rein. Also einen vierten Accessoire-Platz wollte ich sagen. Aber erst wenn das Kristallium erweitert ist und... Und da gehen noch jede Menge Kristallbunte rein. Was glaubt ihr, wie lange ich dann... Selbst nachdem ich alle Missionen fertig hatte, musste ich noch weiter leveln, um das Kristallium vollzukriegen. So, die Kavarie ist hier, um... Sie sind hier für Orphan. Wenn es nahe zu den Falsi-Eden ist, sie sind wahrscheinlich nach dem Herz des Sanctums. Genau. Und wenn sie es zerstören, so schlechtes Dinge werden passieren. So long, Cocoon. Dann besser wir dort dort, bevor sie machen. Ja. Das ist doch ein König, Spearmut. Oder ist das ein Kaisersohn? Ja. Ja. Ein König. Das ist doch ein König. Das ist doch ein König. Ein König. Das ist doch ein König. den zeig ich da komplett an gehen wir ihm mal ein paar negativzustände er will nicht so richtig annehmen hier ah jetzt hat er die zwei Sachen jetzt kann man wieder auf Blitzschlacht gehen das war's schon 8000 ach ja wir haben das Doppel Ei noch ach die nervigen Viecher die sind aber jetzt stärker die sind jetzt nicht mehr so einfach wie wir sie auf Grand Pulse hatten aber schaffen wir auch hier können wir nochmal speichern wir nehmen natürlich jeden Speicherpunkt mit ist ja klar da kommt man her die haben wir auch schon gehabt ja gut die sind jetzt noch nicht so stark aber von den Viechern gibt es nachher noch stärker vor allen Dingen wenn die natürlich richtig viele davon auftauchen dann ist klar wieder hinten das werden ja immer mehr aber die werden wir auch alle schaffen kein Problem jetzt sind schon Viere oh ich hab kein Hes mehr hat er das gesehen was die gemacht haben Moment mal ach Vanille hat ja noch kein Hes gehen wir mal kurz hierher ich bin gleich tot eilt mich mal jemand dankeschön gehen wir nochmal hier kurz her ich sag ja in der Masse sind die äh sind die richtig krass Peng braucht auch doppelt Schwert so jetzt meine Freunde jetzt hab das erlebt boi na gut so so wir erst die Drohnen äh die was sind das überhaupt Vogel äh Fisch die roh k wer So, jetzt ist er dran. Aber ihn werden wir wieder mal ein bisschen mit Negativzeug erst mal zu ballern. Noch eine Ladung. Noch eine. Das dauert schon viel zu lange, deswegen so, mein Freund. Ich glaube, am Ende des Weges hier gibt es da noch einen kleinen Zwischenboss. Heldenschwinge. Ja, für Snow. Muss man sich jetzt wieder überall umdrehen, wegen den Kugeln. Die würde man ja auch hören, die Kugeln, wenn die Musik im Hintergrund nicht etwas laut wäre. Ah ja. Auf den haben wir ja gewartet. Aber der dürfte jetzt nicht so krass sein, wie die anderen. Hatten wir den schon? Ja, den hatten wir schon. Den brauchen wir bloß in Schock und dann ist er allege. Genau. Wo ging es denn jetzt hier rüber? Ach, hier hinten ging es lang. War hier noch eine Kugel versteckt? Nee. Hier vielleicht irgendwo. Auch nicht. Ach komm, hier habt ihr hier irgendwo habt ihr doch hier eine noch versteckt. Nee, ist aber keiner. Und tschüss. Wartet mal einen Moment, ich muss mal hier bei mir ein bisschen leiser machen. Die Musik ist wirklich bei mir etwas laut. Ich hoffe mal, dass die eine Aufnahme nicht so laut ist. Das wäre ja krass. Die Musik ist wirklich bei mir. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das Spiel durchspielen kann, ohne einmal zu leveln. Also, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Und sicher könnte man das, aber da muss man richtig fett mit Strategie und so. Ah, wir müssen den erst erledigen. Das ist, glaube ich, ein Kaiser. Oder? Weil der sieht ja ganz anders aus. Den werden wir mal scannen. Ach nee, ein Ziro. Ja, gut. Okay, dann machen wir erst mal hier. Komm, schlucke mal. Schluck gemacht. Er war doch nicht Resistenz gegen... Nee, war er nicht. Immer Vanille. Ich bin auch wie hoch. Ja, jetzt hat er es. So, mein Freund. Ah, er steht auf, aber es war zu spät. Er wollte aufstehen, sagen wir mal so. So, ich weiß jetzt gar nicht. Hier kann man nochmal abspeichern. Kam jetzt schon der Endgegner? Also dieser Zwischenboss. Muss ich gleich mal... Wie viel Zeit haben wir denn noch? Oh ja, geht noch. Ja, da ist er. Da würde ich eventuell... Wie viel haben wir denn noch? Ja, nehme ich hier wenigstens einen von. Die will ich mir noch aufheben. Protest war hierbei, genau. So. Jetzt kommt, glaube ich, erst mal noch eine Sequenz kurz. Die hatten wir ja, glaube ich, schon mal im... Während dem Fliegen hat er uns verfolgt, glaube ich, ne? Ah ja, den kennen wir noch. Da dachten wir doch eigentlich bei Hoops Haus, dass der erschossen wurde. Der macht auch eine ziemlich nervig Dabby. Aber, schaut selbst. So, positive Zustände haben wir ja erst mal. Können wir ja mal versuchen, den erst mal in Schock zu kriegen. Noch ist er ja harmlos. Also, noch macht er nicht sehr viel Schaden. Dieses Nervige, das fängt erst an, dann. Jetzt haben wir das erste Mal gleich in Schock. Jetzt haben wir den Schock. Jetzt ist das Mal drauf. baseball. Ok. Ja. 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 ne, Moment da will ich jetzt was bestes einsetzen ach, das war's schon also, ach ne, der kommt dann nochmal genau, das war jetzt, äh, der haut jetzt ab genau weil ich wollte gerade sagen, ich hab das viel schlimmer in Erinnerung ja, der haut jetzt ab, der ist noch nicht gesiegt und später haben wir den dann nochmal ich hab jetzt gar nicht geguckt, wie viel Schadenfängen jetzt gemacht hat mit dem, äh vor dem Spalter so blinded by fear they can't even imagine it are we too late not yet and we can't give up no one else knows the truth am I right only we know about the plan to destroy Gakun and which Falsi's behind it Bartandlus then what are we waiting for it's time for some payback that's what I'm talking about once everything's finally out in the open people are gonna have to wake up from this nightmare let's show them how human we still are und wieder ein geheimer Gang aber hatten wir jetzt hier nicht irgendwo noch ne war hier noch irgendwo ne Kugel gewesen Moment mal, hatten wir die Kugel denn von denen ha die Kugel da, die hatten wir gar nicht machen wir den nochmal schnell wusste doch, irgendwas hatten wir vergessen so, jetzt kratzen wir den kurz mal an okay, du willst Negativzustände, kriegst, äh die Hüfte sitzt schon mal muss nur noch gemach sitzen komm schon jetzt sitzt gemach jetzt kriegt er noch ein paar andere so, das reicht jetzt kriegt er die Hüfte voll nix mit aufstehen, alter hab ich dir vorhin schon gesagt so denn die Kugel hier hatte ich jetzt vollkommen vergessen da ist nämlich noch ne Waffe für Hope drinnen so, hier speichere ich nochmal aber das mach ich, äh, offscreen dann sag ich mal, äh, tschüss bis zum nächsten Mal wenn's wieder heißt Final Fantasy 13 vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020